Mein Name ist Max Richter und ich habe versagt. Ich wollte eigentlich viel erfahren, um so zu tun, als würde ich gerade mal die Jugendhackmoderation in einem tollen Sommerurlaub verpassen. Jetzt guckt euch das an. Du bist doof. Wenn das jetzt doof genommen werden würde. Irgendwelche Hacker mögen immer irgendwas hacken können. Und dann gibt es hier wieder irgendeinen Punkt, das wird jeder von durchgekommen. Und dann haben wir einen zweiten Rektor. Ein Mann. Die Jury braucht irgendwie länger als geplant. Cyber, 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 Cyber Dialog. Jetzt bräuchte ich aber wirklich mal eine Jury. Was machen die denn noch? Was soll denn das? Es kann doch nicht so schwer sein. Ja, diese Jungenhacker, also die riechen nicht gut. Die haben komische Klamotten. Außerdem diese Gesichtsbehaarung manchmal. Ähm, was können wir denn noch vorziehen? Was es noch zu sagen gab? Also ich erwarte eigentlich schon, dass die Jugendlichen hier das europäische Raumfahrtprogramm vorantreiben. Alles andere wäre schon eine Erbeenttäuschung. Wir haben doch sowieso keine Informatiklehrer. Wer kann das übernehmen? Die Schüler sollen sich einfach gegenseitig unterrichten. Das reicht doch. Die haben sich entschieden, eine monolithische Implementation zu machen, in der die Implementation des Protokolls und der Kryptografie im Prinzip im weitesten Sinne... Es kann doch nicht so schwer sein, funktionierendes WLAN zu machen. Bitte was? Eine Minute. Ich könnte ja auch einfach die Preise jetzt verleihen. Hier noch die letzten Moderation-Infos. Gleich mal reinschauen. Bevor du auf eine Bühne gehst, atmest du einmal tief durch, sagst, scheißt. Das ist eine Bühne gehst, atmest du einmal tief durch, sagst du einmal tief durch.